und und wie lange hast du gesehen wie lange die muss aber die ganze Nacht verblickt die so brav im Bett so dick lause das ist ein Grundstück guck mal wie lange die läuft fast aus das kenne ich jetzt kommt sie wieder, das startet meistens am Tee, aber die darf nicht rein, die hat nicht geschissen guck da hat die Spuren